Die Pressekonferenz nach dem Spiel TSV Steinbach-Haiger gegen Eintracht Frankfurt U21 entstand 1 zu 3. Es waren 1767 Zuschauer vor Ort. Vielen Dank für jeden Besucher. Und jetzt herzlich willkommen an die Trainer. Neben mir Christian Gribow von Eintracht Frankfurt U21. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und unser Trainer Pascal Bieder. Und natürlich geben wir das erste Wort wie immer an den Trainer der Gäste. Ja, erstmal hallo. Ja, wir wussten, dass Steinbach eine sehr, sehr starke Mannschaft ist, mit individueller Qualität und Klasse, gerade auch zu Hause. Und ja, ich denke, dass meine Mannschaft einfach Bock hat, Fußball zu spielen, was man heute gesehen hat bei diesen Temperaturen. Aber was hinzukommt, ist, dass sie einfach auch verteidigen wollen, füreinander da sind. Das gefällt mir sehr gut. In der ersten Halbzeit hatten wir fünf Riesenmöglichkeiten, gleich auch zu Beginn mit dem Alleingang. Und ja, es wäre jetzt müßig, alle Chancen aufzuzählen, weil wir auch in der zweiten Halbzeit dann genauso weitergespielt haben. In der ersten Halbzeit hat Luke einmal fantastisch pariert, zwei Distanzschüsse hatte der Gegner. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann auch nochmal zulegen, wie ich finde. Gerade bei den Temperaturen sind wir konditionell und körperlich, finde ich, sehr, sehr, sehr gut und sehr weit. Und haben uns dann die Tore super herausgespielt. Die Belohnung war dann, dass wir diese drei auch dann machen. In den letzten Auswärtspartien war es dann immer so, wir konnten den Deckel drauf machen, haben es leider nicht geschafft. Und heute haben wir uns belohnt für eine tolle Leistung bei 90 Minuten und wie ich denke auch verdient gewonnen. Danke. Ja, vielen Dank für das Statement. Und dann gebe ich die Worte weiter an unseren Trainer, an Pascal Bieger. Auch von mir Glückwunsch zum Sieg. Ich halte mich kurz. Also ich gehe mit viel mit. Ich glaube auch, dass wir in der ersten Halbzeit schon die klaren Chancen gegen uns gehabt haben. Nichtsdestotrotz diese Momente zu überstehen, ist dann auch wichtig. Ich glaube, Eintracht Frankfurt ist öfters in die Räume hinter unsere Kette gekommen. Wir sind immer an der Kette hängen geblieben und haben es nicht geschafft, den Raum, der dahinter war, zu bespielen. Dann vielleicht auch mal in tiefe Laufduellen, 1 gegen 1 Situationen zu kommen. Dadurch ist ja auch in der ersten Halbzeit schon ein Chancenplus hinausgekommen. Wenn wir kurz vor der Halbzeit vielleicht das Tor machen, dann ist es so, dass du mit einer Führung reingehst. Aber ich glaube, das Unentschieden war für uns mehr als gut. Und wir hatten uns was vorgenommen. Und ich glaube einfach, so wie die Tore am Ende des Tages fallen, war es immer zu einfach. Immer. Und vor allem dann in dieser Phase, wo wir dann auch die drei Tore kriegen, hat es mir dann einfach auch gefehlt. Auch bei dem Wetter natürlich. Das ist dann vielleicht psychologisch immer dann ein Vorteil, wenn man eher im Aufschwung ist. Aber dass wir uns da dann nochmal an den Plan halten und nicht so auseinanderbrechen. Nach dem Anschlusstor, ja klar, wenn vielleicht der gegen Frost nochmal reinkommt. Wir hatten ganz viele Umschaltmomente, wo wir Glück hatten. Dann ist es vielleicht nochmal ein Tag, wo dann auch nochmal einen reingeht. Aber am Ende verlieren wir hier deutlich. Und wir hatten uns nach dem Ahlenspiel schon was vorgenommen, mit der gleichen Aufstellung nochmal eine gewisse Konstanz reinzukriegen. Und die habe ich dann heute auch nicht gesehen. Und deswegen, ja, angenehmes Wochenende, gute Heimfahrt. Für uns gilt es jetzt wieder zu schütteln. Wieder ab morgen uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Und wieder aus den heutigen Fehlern zu lernen und das einfach besser zu machen. Weil die Konstanz muss in diese Mannschaft rein. Dankeschön. Ja, Pascal, vielen Dank dir auch für dein Statement. Ich schaue nochmal hier in die Runde. Gibt es noch eine Frage? Dem ist nicht der Fall. Dann eine gute Heimfahrt euch. Wir freuen uns auf das Rückspiel dann in Dreieich. Und Pascal, am Samstag geht es weiter, 17 Uhr in Hoffenheim. Wir wünschen euch allen noch ein schönes Wochenende und guten Nachhauseweg.